Hallo und herzlich willkommen zum SAP IT Podcast der Mainz Square AG. Mein Name ist Tobias Hames, wir haben Ende Juli 2022 und mein Editorial ist in diesem Monat überschrieben mit überdreht. Wir sind ja in der IT ständig auf der Suche nach der besseren Einstellung. Egal ob etwas gut oder schlecht läuft, es kann immer noch optimiert werden. Blöd ist, wenn das passende Handbuch fehlt oder die gewünschte Einstellung überhaupt nie vorgesehen war. Ich frage mich, wie wohl die Gespräche aktuell ablaufen mit im wohlverdienten Ruhestand befindlichen ehemaligen NASA-Mitarbeitenden. Denn die US-Raumfahrtbehörde ist auf der Suche nach Handbüchern der Raumsonde Voyager 1. Die sendet seit zwei Monaten unsinnige Werte. Obwohl schon seit 1977 in Dienst gestellt und mit 45 Jahren deutlich über der anvisierten Laufzeit von vier Jahren gelegen, ist die Signalstärke immer noch gut und man möchte weitermachen. Nur weiß keiner mehr, mit welcher Stellschraube man das System dazu bringen könnte, wieder korrekte Werte über Flugbahn und Ausrichtung zu senden. Und jetzt hofft man eben auf technische Dokumentation von ehemaligen Mitarbeitenden, die, so hofft man, die technische Dokumentation in Kartons mit nach Hause genommen haben. Stellschrauben sind auch in der Beratung beliebt, gebe ich zu. Stellschrauben haben eine tolle Eigenschaft. Man muss sie nur drehen und schon mit ein bisschen Sachverstand und Glück gibt die Maschine plus 20%. Und so wird in der IT ständig nach Stellschrauben gesucht und fairerweise in Workshops ja auch gefunden. Es ist überraschend, dass auch 250 Jahre nach Erfindung der Dampfmaschine unser Vokabular immer noch vom Industriezeitalter geprägt ist. Und wir uns manchmal auch den damaligen Beschränkungen unterwerfen damit. Eine Stellschraube ist ja dafür da, etwas in einer Maschine zu regulieren, einen Abstand zu sichern, eben eine Einstellung zu machen. Stellschrauben, so die Erwartung, sind sauber drehbar. Man macht sich nicht schmutzig und es gibt auch keine unerwarteten Überraschungen aus dem Geschäftsalltag. Deshalb erzeugt eine Liste von Stellschrauben oft sehr großen Zuspruch bei Auftraggebenden. Da ist schon etwas, das muss nur gedreht werden und dann rennt es wieder. Albert Einstein wird zitiert mit Man soll die Dinge so einfach machen wie möglich, nur nicht einfacher. Doch das sind Stellschrauben oft. Sie sind ein bisschen zu einfach. Denn es limitiert einen auch auf das, was vorher sich irgendjemand schon mal als Einstellung überlegt hat. Also was ist überhaupt möglich? Was war damals an Einstellungen erforderlich? Das kann funktionieren. Doch wäre manchmal nicht auch eine andere Frage angebracht? Zum Beispiel, was für neue, damals überhaupt nicht notwendige Funktionen bräuchten wir heute? Oder brauchen wir dafür überhaupt noch eine eigene Maschine? Das in SAP S4HANA vorhandene Analysewerkzeug Embedded Analytics verspricht dir Einblicke zu verschaffen, die man sonst nur über ein eigenständiges BW-BI-Analyse-System bekommt. Vielleicht wäre das ja ein Werkzeug, mit dem man vor lauter Stellschrauben nicht die neuen Möglichkeiten übersieht. Ich freue mich schon darauf, mit euch auch darüber zu diskutieren. Persönlich, wir veranstalten am 2.8. ein Community-Event, ein SAP-Community-Event in Düsseldorf. Da wollen wir bei guten Drinks und entspannten Atmosphäre auch das Thema Embedded Analytics noch mal vorstellen. Und dann können wir darüber diskutieren. Wer das jetzt noch rechtzeitig hört und sieht, dem packe ich noch einen Einladungslink in die Shownotes. Für Kurzentschlossene, die können sich noch anmelden, würde mich freuen. Wer sich mal in die heiße Zeit der Raumfahrt zurückversetzen will, dem empfehle ich die Serie For All Mankind, zu sehen in Deutschland bei Apple TV+. In der Alternativwelt betritt ein Sowjet als erster den Mond. Und das Wettrennen der Großmächte um den Weltraum wird nicht beendet mit der Apollo 11-Mission. Trotzdem ist es garniert mit echten Bild- und Tonaufnahmen und alles sehr bildgewaltig und spannend in Szene gesetzt. Also unbedingte Empfehlung. Zum Schluss. In unserer monatlichen E-Mail fassen wir alle SAP-IT-relevanten Inhalte zusammen. Zu Themen, zu SAP-Basis und Security, Analytics, Formulare, Entwicklung, Fiori und Apps. Wenn das interessant ist für euch, dann geht auf den Link in den Shownotes. Da könnt ihr euch dafür anmelden. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst. Ich weiß nicht. Du dritt. Bis demnächst. Bis demnächst. Untertitelung des ZDF, 2020